So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 4. Ja, das Problem hat sich nicht behoben. Ich habe jetzt eine Idee noch. Ich hoffe es explodiert mich nicht. Alles gleich. Ich tue einmal den hier abstecken und steck ihn wieder an. Ich reboote das System sozusagen. Oh oh. Ich glaube das heißt wir müssen bald auf ein neues System. Wenn ich jetzt nicht mehr in mein Lagersystem reinfassen kann. Das ist gar nicht gut. Oder du bist jetzt einfach nur du und spinnt. Ich weiß es ja nicht. Könnt ihr auch einfach das Interface machen, wenn das spinnt. Nee. Ich habe Simple Storage kaputt gemacht. Shit, okay. Ja. Aber es läuft trotzdem weiter, oder? Es arbeitet noch. Bedeutet, guck mal hier ist eine Smart Remote Controller. Wie funktioniert die? Die funktioniert. Haha. Schau an. Aber trotzdem. Wenn das andere Interface nicht funktioniert, muss ich schauen, dass ich in Zukunft natürlich auf andere Systeme umschalten kann. Das wäre ziemlich praktisch. Dann vor allem dieses Kisten auf. Ich will hier Server Racks stehen haben. Ähm. Android. Jetzt kann ich mir ein Android. Sondern. Irgendwas machen? Ich habe die Arme ja. Ich habe den Tor so. Eine Android Station. Ich habe die Arme ja schon. Kaktus Seeds never. Und Melee. Nein, nicht. Probieren wir es mal. Jetzt ist die Frage, greift er mich dann an, oder? Ja, just try. Okay. Ähm. Will this player hurt when in main hand or off hand and populate with data model? okay ich brauche jetzt also bitte erstmal ein bisschen bauen okay also ich kann das bauen aber sind böse kann ich den hier irgendwo eintauschen kann man den essen ehrlich gesagt nur plan was mit dem anfang kann so schauen wir vielleicht können wir unsere dinge da drüben bisschen umbauen mit wasser ausfüllen also rein theoretisch sollten die mobs runterfallen so rein theoretisch wenn ich mir jetzt wasser hole einfach nur einen water bucket dann schwimmen die alle nach vorne in die ecke theoretisch schauen wir uns das mal an das würde mich interessieren gleichzeitig kann ich ein bisschen was ich würde nicht gerne nach dem jetpack mal schauen ich hatte meine coolen sachen schon aber paar sachen werden doch noch ganz interessant basic ach genau die sachen die mich dann genervt haben sind steel basic control circuit ist dann das firejet basic gas tin das funktioniert ich musste noch ein bisschen optimieren das tiefer machen schau mal hat es jetzt irgendetwas gespeichert präsent datamodell wie funktioniert der scheiß mit datamodell wenn wir jetzt hier tatsächlich so ein skeleton ding nehmen ok dann nehmen wir so etwas typisches ein zombie äh was habe ich noch zum beispiel creeper gut sag ich bring me to life defeat more to reach basic ok das mache ich hier vorne ein bisschen komm ich krieg eins auf die schnauze da funktioniert das besser ich krieg eins auf die schnauze da funktioniert das besser so ok und wenn ich dann hier auf skelett wechsle müsste ich skelett Ah, eins wurde beschädigt, bedeutet, wenn ich dann hier weiter kille, dann kommen da mehr dazu. Und sollte das funktionieren also. Aha, das ist natürlich schon von Vorteil. Ich muss eigentlich nur so die dann besiegen. Ja, jetzt aktuell natürlich noch nichts, aber Lifepoint steht hier. Ich brauche sozusagen, entweder wenn ich welche mache oder sowas, brauche ich dann extra so ein Zeug. Okay, das ist gut zu wissen. Ah, und so sehe ich es auch an. So sehe ich es auch unten die ganze Zeit, wie viel noch zu machen sind und alles drum und dran. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm. Heißt der rote Punkt normalerweise nichts gut ist? Da ist ein Küper jetzt zum Beispiel. Das heißt doch auch, dass da unten mal schickt. Irgendein Monster wieder stehen ab. Ne Spinne. Lieber in vorne, wo kommst denn du her? Da bist du im falschen Kanal gelandet. Und hier ist natürlich keine Spinne jetzt drin. Fataler Fehler, fataler Fehler. Ähm. Schauen wir uns mal die Simulation Chamber an. Simulation Chamber. Player Simulation. Das da brauche ich eigentlich hin. Mir fehlt noch ein Al, mir fehlt noch so ein blöder Enderpearl. Da war was. Da war was. Ein Familie Item. Ich brauche eine Chorus-Fruhe. Dafür müsste ich in das End kommen. Dann könnte ich mir so eine Chorus-Fruhe tun, dann kann ich das anpflanzen. Das ist natürlich geil. Aber aktuell glaube ich habe ich nicht das. Super Slam Ball, Snow Ball. Ne, das habe ich nicht. Bedeutet sich sozusagen, wie ist denn das mit dem End Cake? Müsste ja hier irgendwo sein, oder? So ein End Cake. End Cake hier. Dafür brauche ich ein paar Enders auf, ja, Eis auf Ender. Hups. Okay. Das bedeutet, ich muss noch einiges dazu sammeln. Die gehen mittlerweile über, glaube ich, ja. Aber das ist mir wurscht. Schreitend überredet. Das ist mir wurscht. Ich werde es trotzdem wieder gucken. Keine Ahnung, es reizt mich immer wieder. Applied Energistics. Hier bin ich verschrieben komplett. Applied Energistics. Ich brauche als erstes hier rein theoretisch so ein Kopf, also ein Gehirnteil, ein ME-Interface. Ne, warte mal. Gott, ich gucke immer nach Aussehen, das ist mein Problem. Aber ich glaube, das war das Interface. Me-Flu, das sind Interfaces. Wo ist denn die Basic Unit? Security Terminal, Quantum Ring, Pylo, ME-Drive, ME-Chest, Ford Weather Consensor, Energy Acceptor. Das muss ich bei uns für den Strom rein tun, den Fibration Chamber. Okay, ME-Drive. Könnte ich die nicht rein theoretisch bauen, irgendwie so? Also ich habe ja irgendwas schon von Applied Energistics gemacht. Irgendwas habe ich schon geschafft gehabt. Das ist, glaube ich, das Ding, oder? Das sind, wie heißen denn die Dinger? Ähm, Circuit. Ich bin mir sicher, ich habe welche mal gemacht. Sicher. Ich habe welche mal gepresst. Sonst stand doch diese blöde Presse nicht da. Aber was ist mit dem passiert? Das muss doch irgendwie, irgendwo sein. Irgendwo muss das zu finden sein. Dann habe ich jetzt T-Printed Silicon. Inscriber, habe ich den? Ja, habe ich doch mal gemacht. Molden Iron. Inscriber Silicon Press. Molden Iron und ein Cobblestone Circuit Mold. Warte mal. Äh, jetzt habe ich wieder zurückgegangen. Das war eine blöde Idee jetzt. Ich brauche das hier. Dafür brauche ich das. Warte, das habe ich hier schon. Bedeutet, rein theoretisch brauche ich nur, das zu nehmen. Scheiße, jetzt ist das in meiner rechten Hand und es geht mir theoretisch auf den Sack jetzt gerade. Ähm. Das einmal wegnehmen. Machen wir mal eine Platte. Das war schon voll. Hups. Mitten in der Auskühlzeit geklaut. Auch nicht schlecht. So. Was ist, wenn ich die Dinge auf 1 einstelle? Dann läuft das Ding so oder so durch. Von daher. Jetzt habe ich ein theoretisch wie das Silicon Press. Inscriber Silicon Press. Mache ich mir jetzt mal 2 von. Danach setzen wir das ganze Ding einfach raus. Setzen dich wieder so rein. Dann kann das Ding mal kurz trocknen. So. Ich bin mir sicher, ich habe die aber mal gemacht. Ganz ehrlich. Ich habe das Gefühl, als ob ich die gemacht hätte. Und... Eingesetzt hätte dann. Gucken wir mal ein Diamond. Diamond. Und die hat eigentlich mehr gerade oder was passiert da? Ich habe massiv viele von den Dingen mittlerweile. Äh, nö. Was ist Silicon? Sollte ich ja irgendwie herkriegen, oder? Komm. Habe ich noch Quartz? Sicher. Jetzt muss ich dann hier irgendwo durchlaufen, ne? Oder muss ich hier dann durchgelaufen? Na, das ist doch wieder verwirrend. Silicon. Einfach Smelting, okay. Zum Glück haben wir hier einen Top-Ofen bei uns. Der immer einen super Einsatz liefert. So, und das machen wir noch schnell. Und dann... So. Dann macht er das fertig. Leute, ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge weiter. Dann schauen wir uns an, was wir da machen müssen, damit wir das System vielleicht doch mal ändern können. Ich glaube, Tibi hat geschrieben, dass ich das noch nicht kann. Aber ich will wenigstens das so weit wie möglich schon mal fortsetzen, dass ich das umsetzen könnte. Weil ich würde es halt sehr gerne. Und wir können dann in der nächsten Folge mal die ganzen Hüpf-Kandidaten da hinten töten und ein bisschen Informationen sammeln. Also, bis dann. Ciao. Söder. No! No! Bis zum nächsten Mal.